Was? Guck durch diesen Käfer. Spider-Käfer. Ein Spider-Käfer. Das war... Spider-Käfer. Geh... Das ist ein Spider-Käfer. Das ist ein echtes Flügel. Ist eigentlich doch. Ist aber kein Käfer. Es ist... Kampfkäfer. Das können wir jetzt nicht mehr machen. Wir sind hier vor... Während es das hier ist, bei dem wir zum Beispiel ziehen. Im Hotspot. Aber... So weit als normal... 1-0-Welt ist es nicht so. Breakdance. Bei Red 5 geht's. Ja... Gehen wir noch mal weiter. Ja, löst die Schnittstellen ab. Hier sind mal ein paar... Das... Die Verbrauchungsarten... Ähm... Ja, da müssen wir vielleicht auch noch mal ein bisschen was... Autorut und die Leute... Das macht er gar nicht. Dreh den... Also sagen wir mal... Ja, aber wenn wir hier auf Papier machen... Aber das haben wir in unserem Buch auch... Zwischen... Das heißt... Wenn wir da noch mal... Okay... Okay... Die Jamba... Die Jamba... Die Jamba sind... Die Jamba sind... Zur Konfiguration... Die Jamba sind... Und dann... Die Jamba sind... Ja... Die Jamba sind... Ja, da... Wie werden denn meistens so eine Festplatte... Aber das wird auch eine Festplatte... Vielen Dank.